Hi Leute, Willkommen hier bei einer neuen Runde Survival Games mit unserem neuen Minecraft-Skin. Oh Mann, Shit. Ja, ich habe hier Optifine flackern, da oben. Wer es wissen will, es geht hier, indem man hier auf default stellt. Bei Multicross sieht er jetzt gleich hier, flackert es. Jetzt entfernen wir es hier auf default und nichts mehr. Nichts mehr. Nein, wir waren fast üben. Sehr cool gewesen. 10 Sekunden. Ja, ich habe mir jetzt Sniper Elite runtergeladen, ist beendet. Der Download ist beendet. Ich bin jetzt hier auf der Map, keine Ahnung welcher es ist. SG-06 ist die Arena. Die Map weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Los geht's! ALTER! Wir rennen hier einfach mal hier weg. Feuerzeug haben wir. Ich habe hier einen neuen Skin, hier seht ihr ihn. Banner habe ich mir auch schon gemacht. Eine Eisenachs ist egal. Wir haben eine Eisenachs. Oh, hier müssen wir aufpassen. Mal schauen, was hier unten ist. Ball ist und ich habe hier oben. Ah, hier gibt's nichts. Hier gibt's nichts. Hier gibt's auch nichts. Hier gibt's auch nichts. Springen wir mal hier rüber. Kettenhose, yeah! Wir haben noch grad nichts. Lassen wir erstmal karotten. So, hier. Dürfen wir Fluss nicht herunterfallen. Wir sind hier gleich hier weg von der Runde. Ich hab jetzt trainiert. Ein bisschen, ich bin ein paar Mal reich in Finale, hab's aber nicht gepackt. Ich bin nicht, momentan nicht so der Survival Games Profi, aber ja, hier haben wir noch eine Truhe. Hier dürfen wir aber auch nicht reinfallen. Noch mit Ruhe. Cool, wenn er jetzt hier noch sonnt. Was war das jetzt? Was war das jetzt? Hier runter. Gehen wir jetzt mal Ich werde das hier zoomen mit Optifine. 60 FPS gerade. Eine Enderperle. Okay, die können wir verwenden, wenn wir im Sterben sind. Die Enderperle. Oh, was war das? So, wo? Bis jetzt haben wir noch keine Gegner gesehen. Oh, wir sind nur noch zu dritt, oder was heißt das? Was? Ja, wahrscheinlich. Wir müssen jetzt gehörig aufpassen. Nicht, dass wir noch bei denen landen. Steinschwert. Steinschwert. Okay, in 50 Sekunden geht's los. Ich fress noch ein Hühnchen. Schmeiß mal hier eine Suppe hin. 30 Sekunden. Jetzt gehen die Lags los. Was? Was ist? Oh. Noch 7 Sekunden. Ich höre schon, wo wir vorhin waren. Wir greifen sie jetzt mal an hier. Wir haben gewonnen, yay! Wir haben gewonnen, gewonnen, gewonnen. Ja! Das war doch mal ne Runde, oder? Mein erster Sieg! Danke für diese Runde mit euch. Ich hoffe ihr schaltet mal wieder ein. Bis zum nächsten Mal! Tschüss. Tschüss! 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 Wir nehmen Ultra! Drucks! Tschüss! potentially Check this out. Check this out.